Herzlich Willkommen zum Webseminar Functional Aging. In dieser Ausbildung geht es vor allem darum, wie sich der Körper in seiner Struktur und Funktion im Verlauf des Alterungsprozesses verändert und wie man diese Entwicklung gezielt mit dem richtigen Training beeinflussen kann. Wir werden uns in der Theorie Zeit nehmen, um den älter werdenden Körper zu verstehen. Was passiert mit dem aktiven und passiven Bewegungsapparat, mit den Faszien, dem Herz-Kreislauf-System? Wie sehen die Veränderungen in den Zellen aus? Welches Training und welche Intensität brauchen vor allem Ältere, auch bei speziellen Erkrankungen? Dieses Wissen als Fundament werden wir dann in die Praxis umsetzen, in ein fließendes, bewegtes, kraftvolles und koordinatives Training gegen die Funktionseinbußen im Alltag. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei, das Altern zu entschlüsseln.